Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderung vom Eichkugel, begrüße ich ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 533. Eichkugelwanderung am Sonntag, dem 5. September 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkugel, sondern ich gehe über eine Wiese, wandere hier in Bayern, in der Nähe von Regensburg, in der Ortschaft Donaustauf an der Donau, die ist hier hinten unten. Donaustauf, das klingt natürlich so, dass man sich dafür interessiert, was wird denn da getauft? Die Donau vielleicht oder irgendjemand in der Donau? Oder haben die Staufer vielleicht hier die Donau adoptiert oder sonst irgendetwas damit gemacht? Nein, weder noch. Das Donaustauf oder Donaustauf kommt von dem Mittel- oder Althochdeutsch, sogar Althochdeutschen Stauf und das heißt Burg, Berg oder Felsen, auf dem eine Burg steht. Das ist ein Staufer und hier war also der Felsen, wo eine Burg gestanden ist, wo man die Donau gesehen hat. Hier sieht man noch etwas ganz anderes, nämlich hier hinten die Wall Halla. An der Talschulter der Donau ist sie hier platziert. 1842 ist sie eröffnet worden, eingeweiht worden. Das war ursprünglich ein bayerisches Projekt, ein Projekt der bayerischen Könige. Und ist dann so ein Gesamtdeutschen natürlich geworden, ab 1871. Und hier sind in Büsten und Statuen die Menschen, die die deutsche Kultur ausmachen oder ausmachen sollen, ausgemacht haben, vereinigt. Um hier einen Kanon darzustellen, was denn die deutsche Kunst, die deutsche Kultur ist. Das war in der Zeit des Nationenwerdungsprozesses vor 1871 ja sehr, sehr bedeutsam. Heute schmunzeln wir vielleicht über die ein oder andere Attitüde dieses Projekts. Aber wenn man vorbeifährt, ist man beeindruckt, dass man hier mitten an der Donau im Weichbild von Regensburg einen griechischen Tempel sieht, der wirklich sehr schön ist. Und wenn man drin ist, wundert man sich immer, wie viele Menschen hier wie viele Dinge gemacht und gedacht haben. In diesem Sinne werde ich noch ein bisschen an der Donau spazieren und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Vielleicht mit dem einen oder anderen Blick auf die deutsche Kulturgeschichte. Hier kann man Sie auch dann vor Ort anschauen.